Ich bin mit einem halben Tag Verspötung eigentlich schon vor 10 Tagen in Norwegen angekommen. Bis jetzt hatte ich keine Lust zum Vloggen. Im ersten Tag hatten wir mega schönes Wetter, fast etwas zu heiss für Norwegen. 30 Grad oder so, gerade am Meer mit allem. Es war sehr heiss. Und die Kinder waren da. So. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht und Nerven. Und ich war einfach mega Mühe. Und dann hatte ich keine Lust. Und jetzt sind wir seit 10 Tagen da. Und jetzt gibt es so einen kleinen Rückblick vom Fischen und von Würsten. Ja. Wir haben gestern das erste Mal das Netz rausgetan. Und eigentlich hat die Familie versprochen, uns zu helfen. Aber wir haben jetzt zum Fenster gezogen und schlafen noch tief und fest. Und jetzt ist es so ein bisschen. Also viel hat es nicht gegeben. Es hat Nougat. Es war also Fischchen gegeben. Und fast die ganze Familie hat uns im Stichklang.